Dies ist die Szenenvorstellung des FC St. Gallen. Die Szene um den FC St. Gallen liegt im Kübun Park in St. Gallen. Der Kübun Park hat eine Kapazität von rund 20.000 Plätzen. Die St. Galler Szene liegt dabei im Espenblock. Der Espenblock hat in der Gesamtkurve rund 4.000 Plätze. Davon sind rund 2.000 Stehplätze. Die aktiven Gruppen sind Green Power, 2004, St. Brothers und Joker Compatres. Fanfreundschaften pflegen die St. Galler mit Neuschattel Xamax, SSV Reutlingen, VfB Stuttgart, Enka Maribor und Shamrock Rovers. Feindschaften sind die Spiele gegen Will, das als Kantonsderby ausgetragen wird, gegen den FC Luzern und gegen den Grashoppersklub Zürich. Die St. Galler sind auswärts mit rund 1.000 Auswärtsfahrern eine der stärksten Szenen. Vor allem auf Luzern, Zürich und Bern kommen die St. Galler sehr zahlreich. Welche Szene als nächstes folgt uns für mehr. Die St. Jesse gilt den Blut-Luzern und Fahnen. Die St.ill-B으-